Hallo, guten Abend. Ich habe gerade einen kleinen Spaziergang gemacht draußen. Und draußen ist es zur Zeit gerade sehr kühl, ein bisschen kalt. Und deswegen habe ich mich auch gut angezogen. Ich habe ein T-Shirt und dann zwei Pullover, zwei Pullover gleich und eine Jacke. Und damit war alles in Ordnung. Damit war mir dann nicht zu kalt. Insofern, das war gut. Ciao.